Ich bin draußen! Ich hab's geschafft! Oh ja, ich bin draußen! Endlich raus aus dieser kleinen Schale! Was bin ich? Oh, ich seh voll süß aus. Hey, was bin ich? Weiß ich nicht. Guck mal, wir sehen voll klein und dick aus. Was sind wir? Ich dachte, wir sind heute Bienen. Was sind wir denn geworden? Oh, warte, da ist eine Biene. Sie hat eine Krone auf. Hallo? Mama? Guten Morgen, meines schleifigen Babys. Seid ihr gut geschlüpft? Ja! Ich bin gar nicht, dass Bienen aus Eiern schlüpfen, Flo. Wusstest du das? Wir sind einfach Bienenlarven. Wir sind gut geschlüpft, Mama. Oh, stimmt! Ihr müsst viel essen, damit ihr schnell, groß und stark werdet. So wie eure Mama. Oh ja, mit der großen Krone auf dem Kopf, die du rumträgt. Und fliegen können! Ja, stimmt. Endlich fliegen. Außerdem seht ihr dann noch besser aus. Ja, das stimmt wohl. Los, geht in die Küche und esst, was das Zeug hält. Okay! Kissen! Aber wo ist die Küche? Hast du sie schon gefunden? Einfach der Nasenfolge. Ja, oder? Haben wir Nasen? Wir haben keine Nasen, oder? Leute, erstmal erheilen willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen jetzt zu Biene, äh, Geburt bis zu einer Minecraft-Biene. Momentan sind wir noch kleine, hässliche, dicke Lachen. Hä? Du bist keine Biene, du bist irgendwas anderes. Guck mal, hier können wir uns was zu essen holen. Hier haben wir volle Honigwaben. Was gibt es da oben? Noch mehr volle Honigwaben. Warte mal, nein, das sind leere Honigwaben hier oben. Da kommt der Honig erst rein. Aber die müssen wir, glaube ich, befüllen. Melonensmoothie? Veganer Eiweißdrink, Flo. Hier. Yes, Honig und vegane Eiweißdrinks. Weißt du, wie lecker das schmeckt zusammen? Ich bin so vollgefuttert. Ich fühle mich wie eine dicke, kleine Made. Ich bin auch eine dicke, kleine Made. Ich sehe ja auch aus wie eine dicke, kleine Made. Was kippst du? Hier bin ich, ja. Ich bin ein bisschen getan. Ja, ich bin auch voll. Mama Biene. Jetzt seid ihr gut genährt. Es wird Zeit für eure Verpuppung. Kommt! Verpuppung? Die Diff muss verpuppen. Das heißt, wir werden jetzt zu Kokons und dann zu Bienen. Seid ihr hier lang? Hallo? Warte, kriegen wir wieder Flügel und einen Stecher? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Hier hinten könnt ihr euch verpuppen. Fangt am besten gleich damit an. Oh, in der Wand. Guck mal. Guck mal, hier, ja. Hier können wir uns so einbauen. Und dann werden wir zu richtig echten Bienen. Ich bin schon fertig. Guck mal. Hat es geklappt? Guck mal. Ich denke, ich bin noch nicht so gut im Fliegen. Ich kann nur so ein bisschen... Zeig dich mal. Ich kann nicht... Kommst du nicht raus aus dem... Wow! So viel fliegen. Guck mal, ich kann auch fliegen. Oh mein Gott, warte. Da ist unsere Mama. Guck mal, aber die kann schon noch höher fliegen. Oh, du kannst auch schon so gut fliegen. Hallo. Wow, wie schön ihr jetzt seid. Habt ihr Lust, mit mir ein bisschen Honig zu sammeln? Yeah! Yes, wir sind doch Bienen. Was sollen wir denn sonst machen? Na klar, dann geh mal vor, Mama Biene. Toll, dann wird es Zeit für euren ersten Flug in freier Natur. Wo geht es denn raus? Hier vorne? Wir sehen zum ersten Mal die große Welt. Ja, endlich geht es raus. Was ist jetzt passiert? Oh, hier ist Honig auf dem Boden. Guck mal, das war unser Nest hier. Was? Unsere Wabe. Unser Bienenstock, meinst du? Ja, ja. Wollt ihr es doch auch nicht. Ja, nice. Hier ist unser Bienenstock. Cool. Guck mal, hier sind sogar Vögel oben. Die frische Natur. Oh, ist das schön. Wir sind zum ersten Mal draußen. Warte, guck mal, guck mal, unsere Bienenmutter will irgendwas sagen. Warte, wie weit kann ich denn fliegen? Okay, ich komme mit, warte. Wenn unsere Mama das möchte, dann komme ich nachher. Ja, guck mal. Ich will ja eines Tages auch die Bienenkönigin werden, so wie sie heute. Oh, ist das schön. So, warte mal. Hier ist ein Wald, Flo. Das heißt, wir können Blütenstaub sammeln. Hier, ich habe eine Blume gefunden. Meinst du, da ist Blütenstaub? Ich glaube, ich habe meinen ersten Blütenstaub gesammelt. Sie können warten schon. Ja, warte doch. Äh, hier. Das ist ein Pilz. Was? Das ist doch kein Pilz. Das dort sind Blumen. Dort sammelt ihr Blütenstaub. Ach, die? Das sind die Blumen. Oh, ich dachte schon, die grünen Dinger da. Guck mal, die Vögel, die sammeln auch Blütenstaub. Hier im Baum. Los, holt mir etwas Blütenstaub. Okay. Äh, Flo, bist du da unten? Ja. Warte, das ist unsere Mama hier? Aber das ist doch der Blütenstaub, oder? Guck mal. Da steht es doch auch dran. Hier, das Blütenstaub. Den können wir hier einmal holen. Ja, ich glaube, der ist größer. Okay, hab ihn. Oh, jetzt nochmal rüber zu nächsten. Hier ist sogar noch Blütenstaub. So, wie viel soll ich denn holen? Hat sie irgendwas gesagt? Ja, Mama Biene, reicht das jetzt? Hier, guck mal. Ich hab jetzt hier sieben Blütenstaub. Nur sieben? Ich hab elf. Was muss ich denn damit machen? Sehr gut. Als nächstes müssen wir die Pollen in Honig verwandeln. Los, rotzt rein. Was? Hä? Was? Wollt ihr was? Wie sollen wir reinrotzen? Hä? Ihr müsst ihr die Pollen reinrotzen? Denn so werden sie ganz klebrig und zu Honig. Wie dachtet ihr denn, wie das geht? Stimmt eigentlich, wie geht das? Müssen wir da wirklich reinrotzen? Okay, warte. Okay, warte. Ich mach sie mal hier unten. Oh Gott. Auf die Wiese und dann rotzen wir mal zusammen rein, okay? Und dann gucken wir, ob das funktioniert, ja? Und? Ich glaube nicht, dass es klappt. Flo? Was denn? Es hat geklappt. Ja, wirklich? Das ist jetzt zu Honig geworden. Iiiiih, ist ja eklig. Mama Biene, willst du den Honig haben? Ich will keinen Honig mehr. Das sieht toll aus. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Oh Mann. Lecker. Sammelt noch etwas. Warte, nimm das mit, Mama. Sammelt noch etwas und kommt dann zurück zum Bienenstock. Bis später. Okay, machen wir. Kein Problem. Tschüss, Bienen, Mama. Oh, da ist noch eine kleine, süße Biene. Guck mal. Die hüpft weg. Oh nein, warte. Ich glaube, dass es eine Biene ist. Geh doch nicht in den Wald, kleine Biene. Hallo, warte auf uns. Meinst du nicht? Was denn? Ein Bär, oder? Ein Wald? Weiß ich nicht. Ja, ein Stier. Wir sammeln noch ein bisschen Bienenstaub. Warte, was? Bienenstaub? Blütenstaub? Bienenstaub. Bienenstaub, yes. Ich habe noch fünf Stück. Ich auch. Ehrlich gesagt will ich gar keinen Blütenstaub mehr sammeln. Wollen wir nicht einfach zurück? So viel, richtig? Ist das der Weg? Hier, komm schon. Schneller. Yes, hier sind wir. Hier ist unser... Yeah. Ich glaube, wir können aus dem... Wurde da gefallen? Kuchen machen aus Honig? Flo? Was denn? Guck mal, hier ist doch der Honigwurst und der Bienenstock. Ja, hier waren... Warte mal. Der war doch hier. Warte. Ist der weggeflogen? Vielleicht hat der Wind ihn irgendwie weggetragen. Sind wir umgezogen? Warte, da unten ist jemand. Guck mal. Vielleicht sind wir umgezogen? Ich glaube, wir sind doch nicht umgezogen. Haben die uns zurückgelassen? Oh nein. Hä? Ja, endlich war der Bienenfänger da und er hat die Biester umgesiedelt. Was? Oh nein. Er hat den Bienenfänger gerufen. Überall tropfte Honig auf den schönen Boden. Nur weil da Honig auf seinen Boden getropft ist. Der Boden ist gar nicht schön. Ja, stimmt. Da ist voll viel Honig draufgerotzt. Komm, wir machen ihm noch mehr... Wir rotzen ihm noch ein bisschen mehr Honig hin. Und... Yeah. Der hat es verdient, oder? Warte, der kommt jetzt überhaupt noch raus. Gut, dass wir so viel Blütenstaub gesammelt haben. Warte, da ist er. Kommt er dort durch? Er kommt nicht durch. Yeah. Diese blöden Bienen. Los, wir stechen. Obwohl, nein, wir dürfen nicht stechen. Dann sterben wir, ja. Wen ist es ja jetzt eingesperrt in seinem Haus? Bis die Dürfen stechen. Tja, das hast du davon, dass du uns umgesiedelt hast. Okay, Flo, komm, wir müssen unsere Mama finden. In welche Richtung sollen wir denn fliegen? Hier ist unser Nest. Es ist kalt. Flo, da oben sind Luftballons. Meinst du, dass da vielleicht der Bienenstock dran hängt? Ich glaube nicht, dass er abgehoben wird in die Luft. Ja, stimmt. Das wäre auch ziemlich doof. Aber irgendwo muss der doch sein. Wir sind jetzt hier auf den Feldern, Freunde. Und ich dachte mir, vielleicht finden wir hier draußen irgendwie die Möglichkeit. Vielleicht sind die Beine gewachsen oder ist weggerannt. Wirklich? Guck mal hier. Das hier sieht das aus, als wäre das ein Bienenstock. Diese kleinen süßen Fratz hier. Hier steht Honig. Kann das stimmen? Liegst du da vorne? Warte doch auf mich. Okay, da. Hier, da steht Honig. Wow, wie cool das hier aussieht. Vielleicht wurde da geklaut und verkauft. Wo steht dein Hund? Da steht Honey dran, stimmt. Warte, sind da nicht Bienen? Die sind aber komisch aus. Hier ist unser Stock. Hier ist unser Bienenstock. Yes, wir haben ihn wieder gefunden. Wollen wir reingehen oder wollen wir uns erstmal umschauen? Oh oh. Hä? Hallo? Oh, ich habe es. Wow. Warte, was? Warum greift denn die Bienen an? Wow. Hä, was sind das für Bienen? Hilf mir. Alles okay? Äh, Flo? Wir müssen versuchen, den Honig zu sammeln, den die da... Aber es ist irgendwo eine Blume frei, wo keine... Oh mein Gott, das sind viele. Oh nein. Das sind böse Bienen. Das sind... Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, das sind so modifizierte Bienen oder sowas. Hä, wo bist du? Voll aggressiv, oder? Ich bin hier vorne. Warte, kann ich... Guck doch nicht mehr zu. Oh mein Gott. Hat sie dich gerade... Oh mein Gott. Warte, jetzt sind sie alle hinter mir her. Oh nein. Die klauen uns den ganzen Blütenstaub. Flo, wo bist du hin? Hände dir. Oder ist das eine von den Bösen? Ach nee, das bist du. Böse. Nein, hör auf, bitte. Oh Mann, die Bienen haben uns vertrieben. Wir können jetzt nicht zurück an unseren Bienenstock. Ja, aber geht es immer noch. Weil das waren so eine hochgezüchtete Bienen irgendwie vom Imker und die waren voll aggressiv. Und die haben den ganzen Honig geklaut. Warte mal. Schau mal. Hier ist eine Wiese, oder? Blumen. Ist du hier irgendwo Zuchtbienen? Blütenrotz. Du hast sogar Blütenstaub. Äh, ich meine Bienenstaub. Blütenrotz. Yeah. Hier ist Blütenstaub und hier ist keine andere Biene, Flo. Yeah. Oh mein Gott. Das heißt, wir könnten unsere eigene Kolonie gründen. Das würde bedeuten, ich würde Königin werden. Schnell sammeln Blütenstaub, so schnell du kannst. Wir brauchen mehr Blütenstaub. Dann können wir unsere eigene Kolonie gründen. Bin ich dann König, oder bin ich der... Du bist einfach nur eine Arbeiterbiene. Was? Du bist eine Arbeiterbiene. Ich bin die Königin. So, guck mal, da vorne, hier. Hier mache ich jetzt unseren Bienenstock ran. Yes. Komm, Flo, lass uns reinfliegen. Wir können es uns richtig schön machen da drin. Dann lass uns rein und zack. Wow. Yes. Okay. Ich bin drin, ich bin drin. Wow. Das ist unser eigener Bienenstock. Guck mal, wir können hier... Das ist nicht keiner, das ist unser erster. Ja, das stimmt schon. Aber wir sind ja auch nur zu zweit erst mal. So, wir können jetzt hier den Blütenstaub reinrotzen. Der wird dann zu Honig. Was haben wir hier noch? Oh, hier kannst du... Okay, hier kann man nur Eier legen, weißt du? Wir müssen uns noch umstreiten, wer die Königin wird. Oh, wir können mehr. Hä? Du bist nicht mehr. Ich will keine Königin werden. Ja, aber als Arbeiterbiene bist du auch ein Mädchen, tut mir leid. Was? Bist du überhaupt Jungs als Bienen? Ich glaube nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Ich werde eine Ritterbiene. Eine Kriegsbiene. Eine Kriegerbiene. Guck mal, wir haben hier eine Küche und hier sind ganz viele Honiggläser. Oh, Einmachglas mit Honig. Kann man das trinken? Nö, das kann man nicht trinken. So müssen wir... Vielleicht können wir volle Honig wagen essen. Das produzieren wir, glaube ich. Was? Ja, aber wofür? Um es zu essen im Winter? Nee, um unser Haus zu erweitern. Stimmt, eigentlich auch dafür. Honig ist sowas von sinnvoll. Und hier sind unsere Betten. Hier können wir schlafen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Ehre, dass ich heute die Königin des Bienenstags werde. Dankeschön. Yeah. Jetzt bin ich die Königin und Flo muss machen, was ich sage. Ha! Und ich bin eine Kriegerbiene. Du bist die Arbeiterbiene. Nein, du bist die Arbeiterbiene. Es gibt keine Kriegerbiene. Ich bin keine Arbeiterbiene. So heißt die Kriegerbiene. Von mir aus sei doch die Kriegerbiene. So, ich gehe jetzt erst mal hier rüber. Da nämlich, hier in unseren kleinen Raum. Und hier kann ich nämlich, ich habe nämlich jetzt Bieneneier bekommen. Hier kann ich nämlich jetzt Bieneneier legen. So, zack. Hier noch eins hin. Oh Mann, habe ich viele Eier. Hier werden bestimmt irgendwann richtig coole Bienen draußen. So, hier unten können wir noch ein paar hinmachen. Jetzt, glaubst du, wir können andere Bienenstücke einnehmen? Ich glaube, das war es jetzt. Viel mehr Eier passen jetzt hier nicht rein. Und die können wir jetzt erst mal ausbrüten. So, viele Larven haben wir schon. Und Bienen. Oh Mann, ich war wirklich fleißig hier. Und habe ganz... Unter Nachwuchs. Oh, warte. Da ist eine neue geschlüpft. Wo ist sie? Hä? Mama, ich habe Hunger. Hast du Milch? Ist das die hier? Warte. Nein, ich habe keine Milch. Bienen haben doch keine Milch. Bienen haben Honig. Jetzt komm mal mit hier. Hier. Hier geht es in die Küche. So, genau. Hier. Wie viele. Ja, wir haben schon ein paar mehr Bienen. Hier kannst du Honig essen, okay? Hier sind deine Honigwaben. Und hier hast du Honigmelonen. Okay, lass dir schmecken. Ja, Flo, ich habe sehr viele Eier gelegt. Und dementsprechend haben wir auch eine Menge Bienen jetzt hier. Oh, jetzt sind Honig gebadet. So, dann gehen wir jetzt mal hier wieder rein. Da ist unser Wohnzimmer. Ich muss sagen, ich bin schon ganz zufrieden hier mit meinem kleinen Bienenstab. Oh, warte. Entschuldigung. Habe ich das hier angerempelt? Ich habe mich verpuppt. Können wir Honig sammeln? Warte, was? Hast du mich gerade geschlagen? Wer war? Flo, nö, dann bleibst du hier. Dann gehe ich nämlich jetzt alleine Honig sammeln mit unserem Laubwuchs. So, komm. Hier können wir zusammen Honig sammeln gehen. Äh, wie viele hast du schon hier gemacht? So, hier ist unsere Wiese. Und, äh, genau. Da musst du einfach nur den Blütenstaub, guck mal hier, aus den Blumen rausholen. Soll ich es dir zeigen? Genau, so. Und dann nimmst du den Blütenstaub, machst ihn da hin und dann rotzt du einmal gewaltig drauf. Oh, ich bin mittlerweile schon... Du bist schon alt und gebrechlich und kann kaum mehr fliegen. Oh, ich glaube, ich setze mich hier mal kurz hin. Na, ähm, ich bin dann... Ich glaube, ich bin dann soweit, mein kleines Kind. Danke für alles, Mutter. Ich werde die Kolonie in deinem Namen weiterführen. Ja, du bist die neue Bienenkönigin. Hier ist die Krone. Ja, die Krone lege ich ab. Jetzt hast du zwei Kronen. Und es wird Zeit für mich im Grab zu verschwinden. Flo? Unsere Zeit ist gekommen. Flo, ist alles in Ordnung? Wir sind schon alt. Sind wir das? Guck mich doch mal an. Flügel flattern. Du bist auch alt. Flo, guck mich jetzt endlich mal an. Hä? Hast du da ein Bad? Äh, ja. Hi. Der ist aber lang. Wow, schon beeindruckend. Okay, ich gehe dann mal ins Grab rein. Warte mal hier. Warte, da steht Flo dran. Entschuldigung. Falsches... Hey! Ja, jetzt geh in den Grab rein. Dann gehe ich auch in Mainz. Okay. Das ist das nächste Leben. Okay, ich glaube, ich bin jetzt hier unten. Okay, gut. Leute, dann war es das hier mit unserer Folge Als Bienen gewürzt bis tot. Like dalassen, kommentieren und gerne bei Flo langschauen. Wir sehen uns dann im nächsten. Bis dann. Das war nicht einfach einen wunderschönen Tag. Jetzt wurde ich getütet. Und hasta la pasta.